Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich euch einen ganz leckeren, gesunden Zucchini-Kuchen zeigen. Der ist saftig und keiner, der den probiert, würde erwarten, dass da nur gesunde Sachen drinnen sind. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann bleib unbedingt dran. Ich zeige dir wie immer zuerst die Zutaten im Detail. Alle Zutaten findest du auch nochmal unten in der Infobox mit genauen Mengenangaben. Und dann starten wir mit der Zubereitung. Viel Spaß! Wir brauchen Zucchini, Zitrone, ein Ei, Kokosblütenzucker, Erythrit, gemahlene Mandeln und Kokosöl. Außerdem brauchen wir noch Vollkornmehl, ein bisschen gemahlene Vanille, Zimt und Backpulver. Wir beginnen damit, dass wir die halbe Zucchini reiben. Ich nehme dafür die feine Seite von der Reibe. Dann vermischen wir alle trockenen Zutaten. Also das Mehl mit dem Erythrit und dem Kokosblütenzucker. Dann den Mandeln und den Gewürzen und den Backpulver. Die Zutaten vermischen wir gut miteinander. Dazu kommt ein bisschen Zitronensaft. Und das ganze Ei. Dann geben wir noch die geraspelte Zucchini dazu. Wichtig ist, dass auch die ganze Flüssigkeit von der Zucchini mit in den Teig kommt. Sobald alles gut durchgerührt ist, fehlt nur noch das Kokosöl. Das habe ich inzwischen geschmolzen. Und das gebe ich jetzt einfach zum Teig dazu und rühre das Ganze nochmal gut um. Dann nehme ich mir eine kleine Springform. Fettet die aus und bemehlet die ein bisschen, damit wir unseren Kuchen nach dem Backen leicht aus der Form bekommen. Und dann können wir auch schon den Teig einfüllen. Und unseren Kuchen bei ca. 180 Grad für 25 Minuten backen. Aber am besten, ihr macht dann nochmal die Stäbchenprobe nach 25 Minuten und schaut, ob er auch wirklich durch ist. Ich bestäube den Kuchen dann noch mit ein bisschen Erythrit und garniere ihn mit Zitrone und Zucchini. Und schon ist unser leckerer Kuchen fertig. Ein kleiner Tipp noch, mir schmeckt der Kuchen am besten, wenn ich ihn am Vortag schon vorbereitet habe. Weil ich finde, wenn er einen Tag bzw. eine Nacht durchziehen kann, dann wird er erst so richtig saftig und lecker. Ich hoffe, dass dir das Rezept und das Video gefallen haben. Wenn es so ist, dann lassen dir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und falls du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol das sehr gerne einmal unten nach. Aktiviere auch gerne die Glocke, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Tschüss! Tschüss!